Schock im Bayern-Trainingslager, Thomas Müller muss wegen Verkehr aufgeben. Rottach Egan, bittere Nachricht für Thomas Müller, 33, und die Bayern. Der Top-Spieler musste das Münchner Trainingslager am Tegernsee verletzungsbedingt vorzeitig verlassen. Wie der deutsche Meister der Serie am Montag mitteilte, hat Müller ein Muskelproblem in der linken Hüfte. Deshalb wird der Angreifer einzelne Einheiten in München absolvieren und vorerst nicht mit der Mannschaft trainieren. Die FC Bayern ist noch bis Donnerstag in Tegernsee, um sich auf die Saisons vorzubereiten, wo am Dienstagabend, 18.30 Uhr, ein Freundschaftsspiel gegen den Bezirksverein FC Rottach Egan ansteht. Müller wurde in der Saisonsvorbereitung vor der Weltmeisterschaft durch Hüftprobleme ausgebremst. Im Alter von 33 Jahren, beruflich immer reifer, spürt den Vizekapitän, dass sein Körper leistungsfähiger ist als zuvor. Der verletzungsfreie Weltmeister von 2014 musste in der vergangenen Saisons ausfallen, was für seine Verhältnisse ungewöhnlich ist. Als Vorbereitung auf den Trainingsstart hielt sich Müller unter anderem durch Laufen in Form. Laufen hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, aber es gehört zum Job. Und körperlich fit zu sein hat mir im Laufe meiner Karriere sehr geholfen, erklärt er. FC Bayern, Matthias Delitt muss in Asien auf Tour, Manuel Neuer muss sich gedulden. Außerdem gibt es ein individuelles Programm für Nationaltourwart Manuel Neuer, 37, und den Trainingsstart für Innenverteidiger Matthias Delitt, 23. Wenn alles beim Alten bleibt, wird er nach dem Trainingslager einsteigen und auch nach Asien gehen. Manuel Neuer wird weiterhin ein individuelles Programm erhalten. Er wird zwischen Sporttraining und Torwarttraining wechseln. Individual Sport, sagt Trainer Thomas Tuchel, 49 Jahre alt, erklärt. Asienreise von 24 7 bis 3 Achtel der August ist für Neuer noch zu früh, ebenso das Supercup-Spiel am 12. August gegen Meister RB Leipzig und das Bundesliga-Eröffnungsspiel am 18. Für ihn ist es wichtig, Schritt für Schritt vorzugehen. August bei Werder Bremen Wenn er erst einmal teilweise integriert ist, wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis er ganz konkrete Prozesse in Gang setzt, sagte Tuchel. Am Montagmorgen absolvierten die Stars eine weitere Einheit am Tegernsee.